Die 2.5 Euro-Meisterin, 1000 und 1500 Meter, jetzt auf der Weise über die 500 Meter, Alice Christie aus Großbritannien. Sie trägt den Helggeter-Rofen von vorne jetzt, nach dem Boucher-Roskamera, in führender Position vor Ange Zereichreite aus Litauen. Jetzt wird die Brüder herrlich, Alice Stahleck aus der Kugelsau. Untertitelung des ZDF, 2020 Nummer 67, an audience, Nummer 68, Jan van Kerkhoff von Polen, in St. Raleitosch von Hamburg, Nummer 68, Barbara Kowiakiewicz von Polen, in Nummer 57, Akt ist ja auch heute, in der Lege Position, Jan van Kerkhoff von Netherlands, und es bleibt die Reihe der Sero-Kerzاه-Rofen-Van. Hier ist der Sero-Kerzاه-Rofen-Van. Hier ist der Sero-Kerzاه-Rofen. Ja, das macht der Sero-Kerzاه-Rofen. Der Sero-Kerzاه-Rofen-Van. Der Sero-Kerzاه-Rofen-Van. Cool. So, Vielen Dank.